So, wen haben wir da? Möchtest du dich mal vorstellen? Ich bin Levi aus Wien in St. Gallen. Ich bin 13 Jahre alt. Ich war jetzt das erste Mal im Camp. Und wie gefällt es dir bisher, Levi? Es gefällt mir sehr gut. Man kann sehr viele neue Kollegen kennenlernen. Es ist auch die ganze Woche gut gestaltet. Und was hat dir besonders gefallen jetzt in der Woche? Das Lasertag spielen kann mega cool sein. Und für nächste Woche, welchen Ausflug würdest du dir wünschen? Willst du nochmal ins Laser Game oder Seilgarten? Ja, es wäre cool, wenn wir nochmal ins Laser Game wären. Aber es wäre ein Stück mal etwas Neues. Und die Wanderung war auch extrem cool, oder? Ja, also ehrlich gesagt, es war noch lustig. Es war wirklich nass, aber kalt. Was ist denn lustig? Ja, nein, es war eigentlich lustig, aber es war nach der Wanderung alles nass. Ein bisschen verschneit. Ja. Und bei wem bist du im Unterricht? Bei der Marina. Okay, und wie gefällt es dir bisher? Sie gestaltet den Unterricht sehr gut. Okay. Ich meine, das letzte, was wir gemacht haben, noch nicht ganz fertig mögen. Aber sonst haben wir eben auch viele Bieren basteln und Sachen und so. Okay. Und das gefällt mir eigentlich, ja. Und hast du das Gefühl, du lernst was? Insbesondere, weil die Klassengrösse... Oder wieviel seid ihr jetzt die Woche? Zu sechst? Ich glaube, oder? Fünf? Ich weiß nicht, es geht nicht. Ich weiß nicht, es geht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.